Ich habe Barcelona gehört, ich habe Absturz gehört, dann haben mich die Emotionen so überwältigt, dass ich überhaupt nicht mehr sprechen konnte. Ich habe die ganze Zeit natürlich dann auch überlegt, so wie hat Lea sich in dem Moment gefühlt? Hat sie es verstanden in dem Moment oder hatte sie vielleicht wirklich das Glück, dass sie einfach es ja bis zum Zusammenprall quasi gar nicht verstanden hat.